Gut, äh, ich schneide auch, wie gesagt, 3, 2, 1, willkommen zu einer anderen Folge, hier Rainbow Six und so. Mit Sven, André und, ähm, wer haben wir noch dabei? Ach ja, den Ghost, ja genau. Wen haben wir denn noch dabei? Ich muss ja gerade gucken. Ich bin verwirrt. Ach komm, ich mach hier hinten mal zu. Hier noch eine Wand. Ach, aber das ist dann nicht gut. Was meinst du? Äh, ich warte, guck mal kurz. Ach, da. Ähm, ja, lief schon einer. Lass mich noch durchgucken. Guck dir zu. Äh, hallo, auch filmen? Ah. Da liegen noch zwei Kondome. Ja, das kann was Gutes sein, ja. Oh, T-Shirts, ja. Boah, ich hab öfters mal Standbilder, ne? Ich versteh das gar nicht. Dropper oben ist auf. Pass auf, die haben hier Putze. Ey, wie? Ich treff den nicht, aber der trifft mich? Lass mich verarschen. Läh. Da oben ist Bug halt. Ich probier's lieber nicht. Da ist jemand hier. Wow, Schatten. Creator, kannst du mir helfen? Ja, ich hab's, ich hab's. Ach, halt, ich schweiß mal. Dropper kam aus dem, äh, Dingens hier, aus dem Gang. Ja, ja, da bin ich. Hinten, hab ich kaputt gemacht, Sven. Das ist kaputt. Hey, hier aus dem Gang kam auch was. Hab ich. Ja, da kam ne Drohne durch. Heißt nicht, dass die drum Ding durch wollen. Ich hab ihn. Ist doch grad einer reingejumpft. Da ist einer drin, Sven. Ja, ja, zwei Mann. Ja, hinten durch. Ja, ich hab's, ich hab's. Oh, egal. Leider bin ich aber down. Oh, oh. Auch down. Nur noch zwei. Der eine war da oben rechts, hast du gesehen? Da. Da ist er. Da, am Dropper. Schade, André. Der ist am Dropper. Der ist drinnen. Ganz ruhig. Wer mach ich? Nein, scheiße, er hat mich. Hat ganz wenig Leben. Ganz, ganz wenig Leben hat er nur noch. Sehr gut. Ich wollte sagen, bleibt ruhig und lenkt den einfach mal ab. Der muss die Bombe legen. Jop, deswegen bin ich auch nicht rausgerannt. Hat ja gut geklappt. Wie habt ihr das nur gemacht? Schwarze Magie, André. Schwarze Magie. Sensationell. Auf jeden Fall. Schwarze Magie, das ist ja nämlich direkt an den Bananenwitz, Sven. Ich lass mal den Entschärfer feinen. Wer will den Entschärfer? Ja. Einmal D drücken. So. D. Das ist aber nett, André. Danke. Natürlich kein Termite. Das sind nicht Garage. Äh, ähm, ja, nicht Garage. Nicht? Ich gehe unten gucken. Braucht keiner runterzufallen. Die sind unten. Ja. Äh, äh. Geh, klär, hier, äh. Bläh, 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 bläh. Smoke und Puls, so. Wir haben, ähm, in dem langen Gang, wenn man den langen Gang... Wir gehen Kameras, äh, in den, in den, äh, in den, äh, in die Garage. Garage. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Äh, wenn man den langen Gang, äh, von der Garage aus, ähm, durchgeht, ist links ein Loch drinnen, Leute. Müsst ihr auffassen. Und, äh, da ist eine Frostfalle direkt. André, ich würde nicht durch die Garage gehen. Nee, ich würde nur mal meine Drohne reichen. Äh, ich würde auch in den Stadtoer spielen. Risky. Ja, die, die, die läuft gerade hoch, die Treppe hoch. No, that's not fun. Ja, super. Ja, die ist gerade. Die ist wieder runter. Die ist wieder runter. Ja, wo wir gesprungen. Also, Gold, you're safe. Du kannst hier rein. Ich guckste. Ich guck nach, was sie ist. Ich weiß nicht, soll mal hier rein, wo, 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 wo wollen wir denn lang? Also, sie ist auch immer weg. Pff, guck mal eher den Raum hier. Gut, ich habe oben erst mal jetzt hier den, den Raum oben drüber nochmal geguckt, weil, sicher ist sicher. So, ich fahr vor. Hier, der Dropper ist auch frei. Bar ist safe bis jetzt. Wartet mal. Bar sieht gut aus. Wir könnten in der Bar von oben durch den Dropper. Na dann. Wenn wir eine Hibana haben. Ich kann, ach so. Guck mal, hier ist auch ein Drogen. Ja, ich kann, dummes, ich bin jetzt leider unten im Gang drin. Ich mach auf. Das ist einer. Ja, ich hab meine Drohne da unten. Ja, die ist halt da, ne. Ich kann halt nicht mehr hochkommen. Ah, Mist. Ah, fuck. Deine Drohne kaputt. Sorry. Ja. Ja, da ist zu gefährlich, glaube ich. Jetzt ist jemand in der Bar. Ah, der hat mich... Oh, Mist, Entschuldigung, der hat mich. Wo? Der war in der Bar drin. Warte. Hab ihn mit Schärfer. Ist der noch hier drin? Wir haben noch 40 Kunden, Leute, ne? Ja, mach mal da hinten auf. Komm, wir gehen... Geh doch zur Treppe runter. Ja, der ist da links an meinem Filial-Tür auf der Treppe. Hälfte, ne? Hab ich. Gut rein. Ich bin unten. Hier rein. Dann müssen wir langsam... Geh weg. Oh, Mann! Ah, ich bin in dem Ding dran. Save'n, save'n, save'n. Ich bin im Verstecken jetzt. Pull's von links. Und hinter den remaining. Ach so, ja. Sehr gut. Weil, warum ist denn die Runde nicht beendet gewesen? Weil ich... Weil er gerade am legen war. Ja. Leute, er ist vor mir getroppt. Das hab ich gar nicht bemerkt. Ich verstehe jetzt nicht, warum. Wenn du die Bombe schon legst. Ach, ihr habt die Bombe geschafft zu legen. Ja. Das hab ich gar nicht mitgekriegt. Ich hab mich gerade nur gewundert. Der ist okay. Wer hat denn jetzt wieder genommen? Ich weiß nicht. Komm, wir nicht, Doc. Fitnessraum? Ist mir egal. Immer. Ich mag Fitnessraum eigentlich nicht so. Ja, komm. Ja, Silvi, ist klar, dass du Fitnessräume nicht magst. Fuck you. Das ist wahre Liebe. Arschloch. Arschloch. Ah, Sven, wir wissen ja, wir sitzen beide auf der MS-Fett-Fettarsch, ne? Ja, genau. Fast schon. MS-Fettarsch. Mhm. Kann man sich da einschreiben. Kostner, ne Korte. Ja, ich kriegste, glaub ich, momentan noch nicht, aber ich bin am Arbeiten. Ich bin am Arbeiten. Äh, Outlawist macht da auf, oder? Wo machst du auf? Ach, da. Okay. Noch eine, oder? War's das? Ja, na klar. Oh, sind das schöne Löcher. Das sieht aus wie von einem, von einem Fernglas. Schön gemacht. Ach so. Da ist doch ja auch ein bisschen SD nicht sein, was ich auch ansteine. Ach so, ach, find ich toll, hast du gut gemacht. Okay, ich mach mal hier links zu. Beidrohnen hab ich schon mal. Wollen wir hier ein Loch einmachen? In der, in der, ähm, Dingens? Hier. Ich wär dafür, oder? Hat jemand ne, ne Schrott-Finte? Dann lass mal hier aufmachen. Hab leider nichts. Keiner ne Schrott-Finte? Nee, ich nicht. Scheiße, ey. Kann doch was zum aufmachen, ne? So, ich hab echt. Was? Die sind gegenüber in dem Raum. Oh, ich bin. Ich bin. Opt for it, located a bomb. You know what to do. There should be one on the roof above you Ghost. No, on the roof there is also one. It's clear, they're shooting in the head. You on the roof there is still a bug. Come on, it's clear, my cleaner. On the roof there was... It was injured. I mean, a grenade or something? No, not anymore. Also, I'm dead. I'll do my cams. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. Yeah. And... Ich glaube, die Blenden da. Kann das sein? Ja, die Blenden bei B. Blenden bei B, ne? 10 Sekunden zu gehen. Schön, Sven. Sauber. Gut, dass da ein Loch war, ey. Deswegen macht man da ein Loch. Mhm. Ja, das Schwachsinn dazwischen zu verstärken ist. Ja, ja. Behn das dich ja selber. Lassen wir mal jetzt Terramide mitmachen. Ist okay. Also, wenn wir jetzt die Runde gewinnen, dann... Wir haben auch gewonnen. Shampoo. Wir haben auch gewonnen. Was? Und das trotz dessen, dass unser Random nicht der Überflieger ist. Sonst hat man ja immer solch Glück mit den Randoms. We need to locate a bomb. Die sind da auch. Ne, die sind wieder unten. Vermute ich mal. Ne, die sind unten. Der Dingens kam mir von unten entgegen. Ich fahre runter. Die haben wieder smoke, aber meine Drohne auch schon wieder. Ja, schön gemacht, André. Ich fahre an den Drohne oben in der Bar zu. Einer läuft zum Spritisraum. Auch nicht schlecht, André. Ähm. Ne, nicht André. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Und zwar eine Drohne, ne? Aha. Ah, eins. So, ich mach wieder hier. Ich guck mal, ob hier ist... Wollen wir da durch, Sven? Hier ist zu. Wollen wir da durch? Warte, ich guck erstmal, ob da jemand drin ist. Niemand drinne. Lass doch... Geh doch rein. Vorratsraum ist auch frei. Äh, hast du mal umgeguckt, ob oben einer ist? Ne, noch nicht. Soll ich? Ja, guck mal bitte. Ja, ich arbeite. Ich guck auf die Tür vorne bei der Bar, Sven, ja. Oben sieht clean aus. Oben ist clean. Alles klar. Warte, ich mach deinen Vorreiter. So, also, in der Bar... Hinter der Bar ist keiner. Und auf den Billardtüchen ist auch keiner. Außer der hat sich hier auf den Billardtisch gelegt. Gut, Bar sieht super aus. Guck nochmal ins Tripclub. Bin ich auch schon. Aber sehe ja auch keinen. Gut, dann sind wir wahrscheinlich alle unten, oder? Guckst du in die Küche? Wir haben noch eine Minute zwanzig. Wir müssen irgendwas machen. Mhm. Gut, Herr Ersten. Hallo. Hallo, Henne. Frisch ist auch nichts. Die Füße haben wir hingelegt. Hat zwei geholt. Willst du da rein? Komm, schau es drauf. Ah! Da ist aber einer. Der ist im Gang drin. André, gehst du vom Gang? Ich geh vom Gang, ja. Ich geh vom Gang, ja. Der ist keine Zeit mehr. Ach, der ist tot. Scheiße. Ja, ja. Ja, ja, eine markiert. Die ist gleich hier. Oh, eigentlich wird sein Leben noch. Ich glaub bei A ist keiner. Kannst du legen. Ich bin bei A. Kannst legen. Mach A, ja. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Nein, ich häng fest. Leg, 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 leg. Leg, leg, leg. Leg doch! Verflucht nochmal. Alles klar, sauber. Sehr schön gemacht, Leute. Ach. Der random ist nicht der Überflieger. Der hat die Runde gerade geholt. Naja. Ist doch gut. Lauf ich denn da oben draufliegen? Auf den hab ich geschossen. Oh mein Gott. Ich hab da voll auf die Leiche von dem geschossen. Geil. Markelos. Sehr schön. So muss das laufen. Richtig, richtig nice. Ja, komm. Nur die Gewinner schreiben, GG. Voll assi. Ja, dann war's das für heute, meine Lieben. Danke für's Einschalten und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi.